so willkommen zurück bei den dinosaurieren irgendwie sind die ganzen leute auf dem weg raus wo wollen die dann gehen es ist verrückt hier sind überall leute und hier ist kein oh doch jetzt sind die auch alle da ach so die kommen da raus alle alle haben alle nur die dinosaurie geguckt mehr haben sie nicht gemacht so was machen wir heute was müssen wir noch machen gefährliche aktie würde ich gerne machen ich weiß aber nicht wie ich an diese mission komme doch weiß ich wohl nein weiß ich nicht doch wie war das ruf nie mission unterhaltungsmission starten wissen sie warum schlechte shows schließen müssen aus dem selben grund wie gute das publikum ist weg wir müssen gäste in unsere parks holen machen wir in einem entwicklungshaus ausbrüten und freilassen die laufsaurus das ist die laufsaurus quasi so wie es hier ist ok in einem entwicklungsraum ok ein die laufsaurus ein ankylosaurus das heißt aber dass wir diesen ankylosaurus dann weg haben müssen aufgabe erhalten wer ist denn hier alles velocerata velocerata veloceratu eh seid ihr nicht ein bisschen ja das problem was hat der dem gerade eine gegeben So, zusätzlich will ich auch, dass ein Velociraptor weg muss. Also sonst wird das nix. So. Also wir machen hier heute, glaube ich, eine kürzere Runde. Weil das Problem ist, dass ich gar nicht so viel Zeit jetzt habe. Weil wir haben es in der Tat schon... Äh, spät. Sehr spät. Da ich morgen natürlich wieder arbeiten muss. Ähm, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen kürzer heute machen. Dafür vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen länger wieder. Müssen wir mal gucken. Wie das funktioniert. Und wie es so ist. Ich würde gern die mehr haben. Wie kriege ich die denn? Hm. Okay. Jemand eine Ahnung? Jemand eine Ahnung, wie das geht? Sind das Upgrades? Mittleres Kraftwerk? Nein. Großes Kraftwerk? Nein. Eine Bar? Bar 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 Bar. Ich kann das nicht. Bar 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 Bar. Ah, hier können dann noch weitere. Wann mal da. Ach Gott, ich war gar nicht bei Upgrades. Was ist das? Äh, verwässerte Leistung? Nee. Rutschstättenkapazität. Ja, Freistattungsbedingungen nicht erfüllt. Isla Muerta. Isla Muerta haben wir nicht erfüllt. Müssen wir mal gucken. So, den lassen wir raus. Den lassen wir raus und ich gehe davon aus, dass wir den Velociraptor jetzt auch rauslassen müssen. Also, erstmal machen. Aber dann rauslassen müssen. Vielleicht nehmen wir das noch ein bisschen mehr mit Tempo. Oder? Ja, ne. Ja. Ausbrüten, ausbrüten. Veloc, Veloc, Veloc. Usa, da. Zack, schon direkt ein Kampf begonnen. Alle klar. Ich will nur hoffen, dass der nicht, äh, überleben muss. Ähm. Hey. Hier, die gehen jetzt getrennte Wege. Oder auch nicht. Da ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Sie müssen ihn sich ansehen. Äh. Brauche ich das jetzt schon? Ne, machen wir nachher. Wir haben die jetzt zusammen? Ne. Quatsch, weg ist er. Ach. So, dann gehen wir den mal heilen. Kein Problem. Bestätigt. Das ist der Falscher? Sammle Produkt ein. Was passiert jetzt? Was macht der? Er sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? No. E. Was holt der da raus? Ich will mir hier. Das sieht strange aus. Das sieht so falsch aus. Das sieht so falsch aus. Das ist egal. So, wenn, dann brauchst du hier noch. Nicht mehr so lange. So, wir können schon mal beschäftigen. Äh, was kriegen wir denn hier? Ja. Wow. Äh, wer, äh. In Ordnung. Mittleres Kraftwerk? Grabungstempo? Wer denn jetzt hier schon wieder angefangen hat? Ich habe angefangen zu kämpfen. Oh Gott. Und der wird auch noch gepimpt. Oh. Oh, wo ist der Soundeffekt? 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 Was heißt du denn? Was, 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 oh. Nee, was stimmt mit euch nicht? Du und du. Ranger Team, kehrt zur Basis zurück. Bitte einmal. Was war denn bei euch? Nee, der, ist das... Ziegen getötet, Dinosaurier getötet, Menschen getötet. Ja, aber das zählt nicht. Also es sind keine Menschen an Joint. Ja, das ist mir egal. Den lassen wir frei. Was ist denn jetzt noch? Ja, den Zaun, habe ich doch gesagt, hier reparieren. Reparaturdruck meldet sich zurück. Als ob dieser Ort nicht schon genug Schwierigkeiten machen würde mit dem ganzen Dino frisst Menschenzeug und so. Jetzt auch noch Sabotage? Hoffentlich können sie damit umgehen. Was? Moment. Das hat aber keiner gesagt. Zur Abholung des Produkts unterdessen. Okay. Aber ist nicht schlimm. Achso, doch ist wohl wieder schlimm. Warte, wie machen wir das jetzt? Okay, wir machen zuerst wieder den Ankylosaurus. Den. Und den Velociraptor. Den. Da lassen wir jetzt wieder die. Nehmen wir das nochmal an. Aufträge. Ne. Ach, wie waren das jetzt schon wieder? Missionen. Da, Unterhaltungsmissionen. Wissen Sie, warum schlechte Shows schließen müssen? Aus demselben Grund wie gute. Das Publikum ist weg. Wir müssen Gäste in unsere Parks holen. Wer ist denn jetzt noch tot? Deshalb von Einkommen. Was ist denn mit euch hier? Okay. Beginnen wir von vorne. Neue Dinos. Ausbrüten. Schlüpfen lassen. Unterbringen. Nö, ist so weit. Kauf dich. Wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über unterte Millionen Jahre erstreckt. So. Ähm. Ziel des Ganzen ist ja... Achso, davon haben wir sonst eh wieder zu weh. Warum? Wo? Reagiere auf Reparaturanfrage. Schon wieder so einer? Kommst du auch weg? Fittig. Bitch. Ähm. Hier machen wir es mal anders. Hier werden wir noch ein kleines bisschen. Hier werden wir einfach ein bisschen... Zack. 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 Hier bauen wir sowas drum. Und dann bauen wir hier ein... Terrorbeschränkung ein. So. Aber jetzt haben wir es. Jetzt sind wir nicht... Jetzt sind wir nicht gerade doof. So, die müssen wir auch noch verteidigen, glaube ich. Äh, verteidigen sag ich schon. Fär... Ja. Irgendwas. Fär... Betäuben. Verkaufen. Eigentlich verkaufen. So. So, das öffnen wir jetzt. Können's direkt durchgehen. Wir haben eigentlich bloß das Problem, dass der... Den, den wir jetzt machen... Äh, die, 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 die Lofo... Dü, 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 da. Dass der bloß immer Stunk anfängt mit den ganzen Veliziraptoren. Weil sonst... Wäre es wahrscheinlich nicht das Problem. Und er... Ist jetzt einfach zu viel. Er ist jetzt einfach nur zu viel. Das ist wieder repariert. Euch geht's gut. Dir geht's gut. Wie viele seid ihr denn hier noch alleine? Mir geht's auch noch gut. Ja, sozial ist ein bisschen knapp. Sozial ist ein bisschen knapp. Könnte ich rein theoretisch, wenn ihr wollt. Nur ne Kleinigkeit reinpapsen. Hier, die sind ganz... Ganz niedlich, glaube ich. Oh, lass mich raten. Nö. Oh, nee. Wer ist denn hier gestorben? An was? Oh ja, guck mal. Wenigstens an alter Schwäche. Willst du den jetzt noch? Achso. Seid ihr jetzt zu klein? Ah, warte mal. Ich bastel ich mal eben ein. Veliziraptor noch. Hier, tun wir hier vielleicht mal zwei rein. Wer weiß, wir haben noch einer, von euch stirbt. So. Produkt wird eingesammelt. So. Jetzt das Ausbrüten ist fehlgeschlagen. Was? Äh. Ne, ich mach keine zwei von denen. Lieber nicht. Es geht gleich wieder was in die Hose. Lieber nicht. Aber wir können hier wieder schon zumachen. Du willst doch nicht... Eintreffenden Tropensturms. Ja, dagegen haben wir aber doch jetzt was. Schutz vor Wetterschäden. Produkttransport wird durch. Ja. Kann man so jetzt... Ja. Kämpft oder wie auch immer. Warum? Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Man kann hier einfach sterben hier. Ja. Nicht so cool, ne? Wait. Moin. Moment. Was für eine Sabotage. Was für eine Sabotage. Nur wegen dem, äh... Dingens das hier. Was ist denn das? Wieso denn zwei? Wer denn noch? Ah, war's dein Ernst? Irgendeine Struktur ist beschädigt. Muss repariert werden. Muss repariert werden. Alles klar. Brennt's da? Oh, da brennt es. Es brennt. Was ist mit dem Dino, der da drin ist. Nein. Rettet, rettet... Feuerwehr. Rettet den Dino. Oh. Schlenk selbst. Komm her. Geh weg. Ey. Bist du doof? Bist du da mal durch, bitte? Bist du da mal durch? Bleib so wachsam. Doch. Vorsicht. Vorsicht. Hallo. Tschüss. Ach so. Ist schon im Gange. Alles klar. Ist schon im Gange. Ist schon im Gange. Wird schon repariert. Hier. Hier kommen eure... Was? Moment. Präparaturanfrage bestätigt. Lenken, 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 lenken. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Präparatur im Gange. Ist jemand draußen? Oh, oh. Ups. Oh, was? Vier Stück? Oh, leckt mich doch. Hallo? Oh nein, oh nein. Oh nein. Ich glaube, es hakt. Was stimmt mit denen nicht? Was stimmt mit denen nicht? Ja. Oh, oh. Warum treffe ich nicht? Oh nein. Naja. Oh, das gibt's ja gar nicht. Leckt mich doch. Das ist, das kann ja nicht sein. So ab und zu mal habe ich echt so einen Kartoffel-Aim, ne? Und so ab und zu mal, dann treffe ich auch jeden Schuss wieder mal. Ist total strange. Ach, da habe ich... Wo ist er? Wo ist er? Da? Ne. Ja, da siehst du einen Kollegen von dir, ne? Zack. Ich bin nicht getroffen. Alter, ist nicht euer Ernst. Wo ist er denn? Das macht keinen Sinn. Ah, es ist der Wetter weggelaufen. Na klar, bleibt auf einmal stehen hier. Schläftsächer? Als ob dieser Ort nicht schon genug Schwierigkeiten machen würde mit dem ganzen Dino frisst Menschenzeug und so. Jetzt doch noch Sabotage? Hoffentlich können sie damit umgehen. Ach. Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Machen Sie dafür, dass drei Minuten lang nicht mehr als vier Gäste durchschleifster sterben. Okay. Geht das zu unserem Ding jetzt? Oh. Nicht euer Ernst. Wieso müssen wir das denn schon wieder machen? Oh. Scheiße. Man hing immer wieder hier durch die Sabotage. So. Wieso? Warte mal. Wir machen das jetzt anders. Und zwar nehme ich die Mission wieder an. Wissen Sie, warum schlechte Shows schließen müssen? So. Und dann machen wir hier zuerst den Ankylos. Das Publikum ist weg. Wir müssen den einfach nur... ...betäubt. So. Und dann verkaufen wir hier von welcher. Cool. Cool. Okay. Beginnen wir von vorne. Neue Dinos. Ausbrüten. Schlüpfen lassen. Unterbringen. Sie kennen den Ablauf. Oder wir verkaufen einfach alle. Wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry. Ihr überlebt es vielleicht nicht. Oh. Passiert. Was? Hey. Den Ankylo. Den müssen wir dann gleich wieder freilassen. Richtig? Was müssen wir denn machen hier? Das gibt es ja gar nicht. Also ich check noch nicht ganz, warum das jetzt fehlgeschlagen ist. Der Dilophosaurus, der Velozeraptor und der Ankylosaurus. Der Ankylo kann ja hier rumlaufen. Der Velociraptor? Nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich werde mir das jetzt hier so machen, wie ich es da brauche. Mann, sie wissen, wie man eine Show abzieht. Mhm. Äh. 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 Check ich nicht. Puh. Ah, der schläft. Der Wurzer. Und verkaufen. So. Müssen wir mal gucken. Hier kommt jetzt der Ankylo frei. Dann kommt da der... Velociraptor. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Die müssen wir dann noch machen. Velociraptor. Versteht das noch nicht, wieso der... ...wieso das nicht funktioniert hat. Das check ich nicht. So, hier machen wir jetzt zu. Komm, 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 komm. Geh raus. Gehst du raus? Sehr gut. So. Dann können wir den jetzt hier freilassen. Wir machen noch einen Zaun drumherum. Ja, die sind nicht so gut. Ein bisschen rüber wäre schön. Okay, bin ich mit einverstanden. Ja. Der kann da nicht mehr raus. Das ist schlecht. Wo ist er denn? Da. Geht er zumindest schon mal ein Stück weiter. Geh weiter. Mach der Tor jetzt zu. Auf welche Seite vom Tor stehst du? Kannst du dich selbst noch nicht entscheiden, ne? Egal. Ich gebe dir hier aber noch was zu fressen. Hier, wenn du willst. E. 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 Und da am Tino, okay. Da, 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 da. Und du hier irgendwo. Da so mittendrin. Auch egal. Die Velociraptor ist ja auch bald soweit. So, du kannst du nämlich jetzt in Ruhe fressen. Guck mal, wie schön du das nicht machst. Da jetzt. Ja gut, jetzt kann er nämlich fressen. Wir können den gleich rausholen und dann gucken wir mal, welche Mission wir als nächstes kriegen. Was wir als nächstes machen müssen. Wahrscheinlich irgendwie fettet die Kekse oder so. Vielleicht müssen die auch einfach überleben. Und das Problem war eben, dass ich den angeschossen hab. Der hat wahrscheinlich überlebt, aber... Ja. War eben halt nicht so dolle wahrscheinlich. So, haben wir ja gemacht. Und du? Wir müssen die Zahlen verbessern. Ihnen geben, was Sie wollen. Quantität und Qualität. Vor allem Quantität. Was? Verdammt. Wir haben ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt geht's. Okay. Wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Verstanden? Ja. Hoffentlich. Lambert hier. Sieht so aus, als wäre die Krise Menschenwerk. Sabotage? Offenbar. Fällt Ihnen jemand ein? Ja. 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 Die Liste ist endlos. Allerdings. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ender. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Lass sie nicht aus ihrem Scheißdingens rauskommen. Scheiße, wie komm ich denn jetzt da rüber? Komm ich jetzt rein? Oh ne Scheiße. Die Dinos dürfen da nicht rauskommen. Komm, 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 komm. Oh, komm, ey. Kann ja nicht sein, dass die Klapperkiste jetzt hier nicht schneller fahren kann. So. Und noch irgendwo. Du musst mich raten, das funktioniert ja nicht, ne? Weil du nicht durchfahren kannst. Wo ist die letzte? Ah, die ist da hinten. Ja, komm, ich denke schon selber ist gut. Das finde ich echt ein bisschen schade, dass man hier nicht durch Büsche, Bäume, also nicht durchfahren in dem Sinne, sondern dass ich mich da durchschlagen könnte im Prinzip. Ich meine, ich will nicht durch den massiven Baum fahren. Das macht keinen Sinn. Aber so, ich sag mal so, ähm, ein bisschen wie hier im Prinzip. Sabotage beseitigt. Nein! Wo, wo, wo? Ah, nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Ah, fuck. Unterwegs. Kommt auf die Liste. Fuck, 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 fuck. Ähm, mehr Zäune? Zäune, Zäune, Zäune. Nee. 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 Ach ja, scheiße, klar kannst du keinen Weg finden. Ah, ja, ich find ja selbst auch keinen mehr. Fuck. Äh, da. Ja, die Zwischendinger kannst du alle kaputt machen, wenn du Bock hast. Arschloch. Nee. Lass den. Ah, nee, das ist nicht seine Ernst. Geh weg. Was machst du für Randale, ey? Bist du bescheuert? Ey, wenn ich könnte, ne? Komm mal am Dino rum. Nee, muss ja jetzt grad gar nix. Oh, da höre ich da noch einen rumzappeln. Ah, bist du auch bescheuert? Ah, ist nicht euer Ernst. Ey, du bist da noch relativ... Wo bist du denn jetzt hier? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Scheiße, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Wer macht da Randale? Okay. Wo denn? Okay, haben wir geschafft. Und jetzt? Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Alles klar, dann... Das ist interessant. Achso, ich dachte, das wäre interessant. Nee, wir nehmen jetzt erstmal hier nix mehr an. Wir verkaufen noch die beiden Dinosaurier. Wir werden das hier wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Und dann sollte es ja kein Problem sein. Ja, das war weg. So, der auch weg. So, den verkaufen wir. So, hier werden wir noch ein bisschen wegreißen. Jetzt laufen Ziegen rum. Au. Ja, den Weg mach ich wieder euch hin. So, wo ist denn der? Produkt in der Luft. Eh. Eh. Er hat jemand die Velociraptor gesehen? Da? Nein. Er hat ja nie mehr gefunden. So, mal eben gucken. Ach, das haben wir hier auch noch gar nicht gemacht. Brutstättenkapazität. Das ist das, was ich haben wollte. Ah, okay. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Wir haben hiermit angefangen. Oh, okay. Ja. Das werden wir dann in der nächsten Folge alles machen. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen drüber. Und das, obwohl ich heute gar nicht so viel Zeit habe. Ja, dann sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge. Und ich wünsche einen schönen Abend. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.